Mit Freude. Bitte, geht's. Ich bin alle Ebenen. Sie sagen, die Ascheländer mögen es, Geschenke zu empfangen und zu geben. Nimm diese Hundertraken. Finde heraus, was Dingsbums mag und besorg ihm ein Geschenk. Dann gib ihm das Geschenk und sieh, ob er dir irgendwas über die Ascheländer und den Nerevarinenkult berichten kann. Dann erzähl mir wieder irgendwas. Gut. Alldrohnen. Wo ist ein Alldrohnen? Alldrohnen ist doch Caldera. Genau, Mock. Dingsbums, Alldrohnen. Das heißt, ich muss jetzt da hoch. Schnauze. So. Manchmal muss man mit den Leuten einfach Klartext reden. Ich will jetzt nicht wieder von irgendwelchen Schläfern angesprochen werden, so von wegen. Oh Gott, oh. Oh Gott, oh. Oh Gott, oh. So. Wir nehmen dieses Mal natürlich wieder den Sillstrider, weil ich einfach überhaupt gar keine Lust darauf habe, die ganze Strecke jetzt zu laufen. Ich hoffe, die gehen hier oben nach Alldrohnen. Und das andere wird dämlich. Und zwar Ziele. Alldrohnen. Das ist doch schon mal schön. Dann sage ich doch mal hier und nach Alldrohnen. Also hier nochmal runterlaufen, das wäre auch eine Herausforderung. Da ist die Kämpfer-Gilde. Da ist die Magier-Gilde. Da ist die Ratte im Topf. Und wer ist das? oder so ähnlich. Gibt es hier Händler? Da oben gibt es einen. So, Lokales. Ein Haus. Ein Haus. Ein Haus. Pfandleiher. Reduz-Rell. Godus Kalonus. Status. Bekleider. Bekleider. Schmied. Sie sind da hinten. Da ist eine Burg. Alldrohnen. Türme. Was machen das hier? Hm. Ich glaube, ich muss mal die Stadt ein bisschen ablaufen Einfach, um zu schauen, ob ich irgendwo diesen Buchhändler Pfandleiher Ah, der könnte Nach was aussehen, ist es aber nicht Zumal sie ein Aschländer sein muss Also Ein, äh, wie heißen die? Dunkler Ja, dunkler Elfe wollte ich schon sagen, aber das stimmt ja nicht Irgendwie bin ich gerade optisch ein bisschen verpeilt Ich sehe es gerade gar nicht so richtig, wo ich eigentlich hingucke Ich gucke eigentlich gerade Okay, ich dachte eigentlich, äh, hier passen die Wachen auf und auf Nein, das ist auch nicht Es tut mir gerade leid, dass ich hier so ein bisschen, äh Ein bisschen zügig durch die Gegend mich manövriere Das ist zum Zuschauen sicherlich ein bisschen Übalisierend Sag mal, der hieß doch Äh, sein Subani Wieso finde ich denn den nicht? Also ich dachte, der hätte vielleicht einen eigenen Laden, aber den hat er offensichtlich nicht Der muss irgendwie so einen Stand haben, weil er will ja erst noch wohlhabend werden Er ist es ja nicht Ja, schnauze Da ist ein Inn Da ist ein Ratsclub Ach jo Ach jo Er ist schon ein bisschen Also wie gesagt, das macht Spaß, aber für ein Vorspiel halte ich es nicht wirklich für geeignet an Und für sich Vor allem nicht blind Ich könnte ja mal die Leute anquatschen, vielleicht kennen die den Ich könnte mal in die Ratte im Topf gehen Das stelle ich mir eigentlich mal gerade schwierig vor In eine Ratte im Topf gehen Also ich komme ja nicht mal in den Topf, aber dann auch noch in eine Ratte im Topf Naja, vielleicht hängt der auf jeden Fall da rum Und meint, er könne da irgendwelches Zeug verkaufen Das wäre ganz Ich bin kein Wunsch, um zu sprechen Was ist das, Redgarn? Wollen Sie etwas von mir? Wealth beyond measure of that. Citizen. Jedenfalls ewig genug für mich. Thelan. Ja, wann ist denn die letzte Aufnahme her? Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen übermüde und deswegen sieht das alles anstrengender aus. Auf jeden Fall, hier ist dieser Zain Subani nicht drin. Das heißt, ich kann eigentlich den Ort wieder verlassen. Komm, ich frage jetzt einfach jemanden. Wenn es geht. Willkommen in Altruhen. Okay. Kann ich offensichtlich nicht nach Zain Subani fragen. Da sind Quamereier. Rühe. Boah, ich bin müde. Offensichtlich, angeblich, unglaublich. Dabei habe ich heute so gut geschlafen. Was soll denn das? Das kann doch nicht sein. Das war er nicht. Ah, warte mal. Da drin gibt es ja auch noch was. Da drin gibt es ja auch noch Läden und dergleichen. Äh, stimmt. Da soll ich ja auch noch eine Aufgabe erledigen, fällt mir da gerade ein. Da gibt es ja auch noch eine Aufgabe, die ich erledigen wollen sollte. Da hat er ja auch noch eine Aufgabe. Ähm, wie hiesen der? Äh, Kopfgeld. Da, da, da. Ina Sarandos. Habe ich den ich neulich gerade eben gesehen. Der Zauberer. Bahri. Ah, komm schon. Geh mal hier hoch. Ach, ist das immer anstrengend hier mit dieser ganzen Sucherei und so, das ist anstrengend. Ein bisschen. Sareti Manor. Ja, das frage ich mich auch. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ich finde es immer noch so krass, dass ich quasi einfach in die Hütten von irgendwelchen Leuten reinlatschen darf und das überhaupt keine Sau stört. Ich dachte gerade, da hinten komme ich rüber, aber offensichtlich nicht. So, wo sind wir hier? Redoran Council. Redoran Council. Hausredoran. Hm, ich dachte auch, da komme ich rüber. Ja, ich weiß, akustische Umweltverschmutzung und so. Nein! Also, ganz ehrlich, ich liebe das Ding. So. Du Drecksviech hast mein Lead kaputt gemacht. Dafür wirst du sterben. Komm her. Du Mistding. Du Mistviech. So. Wir haben wieder nichts auf die Reihe gekriegt. Das Einzige, was wir gerade gemacht haben oder gerade im Prinzip sind am Machen oder am Machen sind oder im Prinzip ist, dass wir uns vergeblich bemüht haben, diesen komischen Serata Tengi zu finden. Vielleicht ist er ja im Tempel. Ich glaub's eigentlich eher nicht, aber... Hey. Nein. Aber offensichtlich werden wir uns... Hey. Buch. Werden wir uns jetzt hier im Tempel ein wenig umsehen und hoffen, dass wir diesen... Ja. Der Tempel ist ja interessant. Chitzung. Das war's für heute.